Ah, endlich sind sie da. Das Briefing findet... Blöde Peri! Gehen Sie bitte hinein. Gehen Sie bitte hinein. Ist vielleicht in den Händen einer mutmaßlichen Terroristengruppe. RAF Aufklärung konnte ein Lager ausfindig machen, wo sich die Waffe befinden könnte, ist sich aber nicht sicher. Wir müssen rein und nachsehen, ob das Ding dort ist. Wir gehen in aller Stille vor, da wir keine zuverlässigen Kenntnisse über die Gruppe haben und nicht wissen, ob sie die Bombe tatsächlich haben. Also, immer mit Umsicht. Wenn eine Bombe gefunden wird, eröffnen wir die Kampfhandlungen und holen uns die Waffe. Okay Männer, die Show geht los. Denkt daran, ihr dürft beim Eindringen in das Gebäude nicht entdeckt werden. Nutzt eure Glasfaser-Kameras um die Wachen zu orten und euch fortzubewegen ohne dass ihr euch seht. Hey, hast du Feuer? Nein! Bist du sicher? Ja! Ich habe gesehen, wie du dir draußen eine Zigarette angezündet hast. War ich nicht! Natürlich warst du das! Ich kenne dich seit sechs Jahren! Pass auf! Ich habe keine Lust mehr, dauernd mein Feuerzeug zu verlieren. Frag jemand anderes! Warte nur, bis du dir wieder eine Zigarette von mir schnorren willst! Die Klage selbst zu sehen! Dann mache ich einfach sein! Also, die dar Ob weg, der Kopf. Ja, ich bin neker, in der Vegetarung. 18. Ich새le vor. Hey! Das ist du? Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich habe etwas gehört. Okay. Wer ist hier? Wer ist hier? Oder was? Was war das? Glaubst du, wir werden gewarnt, bevor der Plan in die Tat umgesetzt wird? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, wir werden gewarnt, bevor der Plan in die Tat umgesetzt wird. Ich glaube, ich glaube, wir werden gewarnt. Das wäre ja sonst unethisch. Unethisch? Die ganze Organisation ist unethisch. Warum wollten die eigentlich, dass heute alle anwesend sind? Es gibt ganz schön viel Trara, nur um ein Lager zu bewachen. Was? Du weißt gar nicht, dass eine Sonderlieferung angekommen ist? Lieferung? Selbstverlieferung. Nein, wovon redest du? Also, wenn du nichts weißt, ich darf's dir nicht sagen. Jetzt komm schon, mir kannst du sagen. Nö. Sieht so aus, als ob du nur das wissen sollst, was du wissen sollst. Ich verstehe. Du weißt auch, musst du es machen. Nö. So, achten wir! Ich muss mich untermachen. Mit diesem großen Bedarf. Wir kommen zum Fliegen. Bild empfangen. Aufklärung analysiert es. Okay, wir haben die Bestätigung, dass sich im Lager eine Kerngroffe befindet. Alle Teams gehen in Stellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind allgemein nicht in Ordnung! Wir machen euch fertig! Kommando, die Vorstellung nimmt uns auseinander! Wir machen eure Schutzunterstützung an, und zwar schnell! Ist der Übergang uns sicher? Ende! Ich bin am Feinde gestoßen! Sind unterwegs! Ich bin unterwegs! Fight! Ich bin unterwegs! Boden-Teams aufgepasst! Schweres Geschäft im Anmarsch auf ihre Stellung! Die Lufttruppen greifen noch einmal an! Ich bin unterwegs! Danke! Das ist das! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh! Du kannst uns nicht aufhalten! Du kannst uns nicht aufhalten! Das ist der Schritt in ein neues Zeitpunkt! Du kannst uns nicht aufhalten! Du kannst uns nicht aufhalten! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns nicht mehr! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns aufhalten! Du kannst uns aufhalten!